Musik Ja, ich habe es nicht nur mitgemacht, ich habe die wichtigste Berichterstattung geschrieben, allerdings nicht die Kritik im Feuilleton, die ja eh keiner liest, sondern die Reportage in der Süddeutschen Zeitung im Lokalteil. Und daher ist mir der Abend in unvergesslicher Erinnerung. Und ich habe auch in dem Zusammenhang Ron Williams als Hauptdarsteller interviewt. Und das war der Beginn einer Freundschaft, die bis zum heutigen Tage anhält. Ihr habt das schon mal gesehen, das war ja vor ein paar Jahren schon mal. Nein, wir haben es noch nicht gesehen hier. Wir kennen den Film, aber das Stück haben wir auch live noch nicht gesehen, deswegen sind wir auch sehr gespannt, wie es heute ist, was wir mitsingen können. Mitsingen können wir auf jeden Fall, aber das tun wir nicht. Ja, mein Name ist Weiken Leao und ich habe hier die choreografische Einstudierung gemacht, nachdem ich Herr selbst in Salzburg gespielt habe. Und du? Ich bin Peter Louis Preston, ich bin Schauspieler aus Film, Fernsehen und Bühne. Und schon mal hergesehen mit Ihnen oder was? Bisher nur nicht, aber deshalb freue ich mich umso mehr, heute Abend her mit vielen, vielen meiner Kollegen auf der Bühne sehen zu dürfen. Dankeschön. Ja, klar, das ist ja meine Zeit. Also, das war meine Zeit. Hast du das damals schon im Deutschen Theater gesehen? Nein, 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 das sind wir im Deutschen Theater nicht. Aber wir haben die Sänge damals, haben wir den Film gesehen und haben selber gesungen, natürlich. Ich war damals noch nicht im Deutschen Theater. Ich habe das, glaube ich, in London gesehen auch. Und wir waren natürlich alle, Blauer Power, Hippie-Zeit, das war unsere Zeit. Wie war's der Musik? Oh, ich bin so glücklich für das Musikal. Ich bin wirklich glücklich. Ja, wir wollen ihr Musikal sehen. Ich denke, es wird wirklich großartig sein. Wir sind wirklich glücklich. Danke für die Invitation. Was? Schon gesehen in München? Nein, ist ja heute Premiere. Ich singe hier im Chor mit beim Herr Musical. Wir wurden von unserer Musiklehrin angesprochen, ob wir gerne mitmachen wollen. Dann haben wir gesagt, das ist doch eine richtig coole Chance, mal bei einem Musical mitzumachen. So sind wir dann hierher gekommen. Es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Es ist auch ein richtig cooles Stück. Ich finde, das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Das war's für heute. Ich hoffe es macht homework. Tschüss. Tut mir das geht. Ich hoffe es tut mir, dass ich endlich mal anfibliere. Vielen Dank.